jo leute herzlich willkommen zu etwas was etwas hakelig ist und auch nur mit einer stumpfen bildschirmaufnahme geht ohne hook aber dafür offensichtlich mit erx und direct x9 läuft lustigerweise beschissen auf windows 8.1 als cod1 wobei cod1 läuft ja eigentlich perfekt sage ich meine ja ich glaube dass ich kann ja nur zwischen 7 und 9 umschalten das war aber auch früher so ich erinnere mich hier wieder ich entweder muss ich so damit klar kommen oder ich muss auf direct x7 spielen mit dg voodoo dann aber wir probieren das mal erforschen uns mal hier die rx effekte in cod2 einfach mal deswegen springe ich auch in dieses spiel einfach mal rein 1939 die deutschen armeen beginnen mit ihrem angriff auf europa als erstes fällt polen dann dänemark norwegen frankreich belgien luxemburg und die niederlande wir schreiben das jahr 1941 mit mehr als sieben millionen einheiten wenden sich die deutschen nach osten und beginnen mit der invasion der sowjetunion mit ihrer blitzkriegtaktik rücken sie schnell vor und schlagen gnadenlos durch die sowjetischen verteidigungen in weniger als vier monaten erreichen sie die hauptstadt moskau ohne weitere verstärkungen muss sich die sowjetische verteidigung moskaus auf tausende junger rekruten verlassen die sich nun in der eiseskälte des russischen winters den gut ausgebildeten deutschen einheiten stellen müssen das los sind das ist ja auch schon in 16 zu neuen gleich rausgekommen vorher vor mich nicht um bei den dingen halt nicht auf der x8 unterschalten kann anstatt gleich auf 7 und das macht irgendwie gar keinen sinn aber na gut willkommen bei der grundausbildung genossen tun sie zu überleben genau das was ich ihnen gleich sagen werde jetzt gehen sie rüber zum tisch und nehmen sie die waffen seine stimme ist ein bisschen komisch in my brain aber na gut sie müssen schneller sein genosse sie benötigen die waffe wenn sie feinde töten wollen das ist auch so der stern auf dem kompass zeigt den standort des momentanen ziels an nun zum lager und holen sie sich eine pistole und ein gewerb los es ist so ein stück cod geschichte von mir auch das muss ich auch gerade mal erzählen weil ich habe nämlich zuerst den zweiten teil durchgespielt und habe mir dann den ersten teil damals vorgenommen das ja mal gucken ja die waffen sind auf dem tisch genosse gut jetzt melden sie sich bei kommissar letleff los nette grafik habe ich mir früher gar nicht mehr so in absoluten fallen und ganzen angeguckt ist schon nett ne ich habe da noch gar nichts gemacht da kann man vielleicht noch ein bisschen was her mogeln aber das sieht so schon echt geil aus und umkehren nein mag ich gar nicht die stollen und maschinenpistolen sind auf kurze distanz gut genosse aber für die schießen ist ein bisschen billig aber wenigstens nicht nur links oder nur rechts also funktioniert das eher x hier besser alles klar benutzen sie die zielvorrichtung was sie liegt so können sie genauer schießen nicht über ortung ist auch gut sind nachher mal gespannt auf die audio spur und schlagen die puppe mit ihrem gewehr das reicht jetzt genosse kommen sie her und nehmen sie eine granate das sind kartoffeln genosse kommissar warum benutzen wir kartoffeln anstelle echter granate ja komm sind sie viel mehr wert als sie es sind oh natürlich genosse kommissar mit weizeln das kann man noch in die badewanne ne klonk klonk geil konnt man hier eigentlich auch schnell speichern ich weiß es gar nicht interaktion irgendwie screenshot werde man automatisch gespeichert ne ich glaube ich bald die option ja sieht so aus na gut ging früher auch geht heute dann auch für das alter ist die grafik echt schick es lässt sich sehen kann sich sehen lassen aufhören bitte nicht töten sie mich nicht unsere truppen rücken noch weiter in den südöstlichen kommissar dann rücken sie also und werden von halbketten hinter unsere linie unterstützt sie das vor und dort haben sie dann bestimmt auch noch mobile artillerie ein deutscher angriff formiert sich im südosten es sieht ernst aus hören sie genossen kann die waffe nicht per scrollrad wechseln das muss ätzen gehen sie dorthin und nehmen sie sich munition und vorräte ich kümmere mich um unseren gast denken sie an das was sie gelernt haben viel glück die schenken die 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 Wir werden ein paar Panzerwerfen. Schnappt euch eine MP und ladet erst mal nach. Der immer sicher, dass ihr ein volles Magazin habt. Wenn wir da nicht mal drauf springen, bin eigentlich mal drüber gesprungen, meinte ich. Aber gut. Naja. Naja. Guck mal schon hin. Hat man das mit dem ERX hier besser geregelt. Au, au, au. Ach. Ja schön die MP40 hoch Freunde und jetzt geht die Post ab hier Deutsche Das ist der Panzerwerfer. Wir müssen einen Weg um das Tor herumfinden. Das ist der Panzerwerfer. 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 Das ist der Panzerwerfer.